kleine kompakte SUVs sind auf fast allen Märkten weltweit von unseren Kundinnen und Kunden stark nachgefragt. Mit dem neuen Tygo bringt Volkswagen nun ein SUV Coupé. In diesem Segment auf die Straße und bietet damit den Einstieg in die SUV-Klasse. Der Tygo wurde in Brasilien designt und ist dort unter dem Namen Nivus im letzten Jahr sehr erfolgreich in den Markt gestartet. Jetzt kommt dieses Erfolgsmodell nach Europa, voll digital und technisch auf höchstem Volkswagen-Niveau. Der Tygo kommt mit vielen nützlichen digitalen Features, wie zum Beispiel Wireless Charging und Wireless App Connect, dem Einzug des MEB 3.1 Infotainment Systems, einem digitalen Cockpit und Functions on Demand sowie auch unseren attraktiven V-Diensten. Damit ist der Tygo für die digitale Zukunft der Marke perfekt gerüstet. Der Tygo hat nicht nur extrem gute Proportionen, er hat auch eine unique SUV Coupé Silhouette. Das Gesicht ist sehr markant, expressiv und das Tagfahrlicht läuft durch die ganze Front. Natürlich ist der Tygo ein lifestyleiges Auto und als starkes Design macht einfach Spaß anzusehen. Der Tygo vereint emotionales Design und erstklassige Technik. Wie auch schon der neue Polo basiert er auf der MQB Plattform. Damit setzt er Maßstäbe in puncto Sicherheit, Fahrkomfort und Konnektivität. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.